Herzlich Willkommen, lieber Commander Krieger, mein Name ist D.Hahn. Ich bin seit mittlerweile eineinhalb Jahren auf YouTube vertreten und bin mit sehr viel Leidenschaft und Spaß bei der Sache, was ich auf jeden Fall probiere, meinen Abonnenten zu zeigen. Sowohl auch in der Audioqualität, wie auch in der Videoqualität. Denn wie du wahrscheinlich hören und sehen wirst, ist sowohl die Audioqualität in einem sehr hohen Bereich, als auch jedes Video von mir immer in Originalqualität hochgeladen. Ich selber spiele sehr, sehr gerne FIFA, Battlefield 3 und auch mehr durchschnittlich. COD ist nicht unbedingt mein Spiel, aber mit der richtigen Gruppe und den richtigen Leuten macht auf jeden Fall jedes Spiel Spaß. Ich bin eigentlich für alles offen überall dabei, ich kann mich überall blicken lassen. Wie gesagt, mit 20 Jahren ist das jetzt nicht so das Problem. Und ich hoffe, dass ich dein nächster Paderwan bin. Bis zum nächsten Mal, dein Hahn.